Hallöchen Leute, willkommen der Natur auf der Spur. Thema Todweil, das hatten wir schon mal neulich für Insektenlarven. Genauso wichtig ist Todes Holz auch für Vögel. Hier hat den Speich angefangen, so ein bisschen reinzuhacken. Geht schon ziemlich tief rein hier. Aber es reicht ja nicht aus, dass da jemand ein Nest drin bauen kann. Hier allerdings sieht es schon anders aus. Da können wir ein bisschen näher ran. Noch ist nichts drin, aber das könnte wirklich eine sehr schöne Höhle werden für einen kleinen Vogel. Da kann man den Nestern beobachten, ob der hier was einzieht. Bis später, ciao.